Schönen guten Nachmittag liebe Fussballfreunde, ich begrüsse euch zusammen mit 98.644 Fans an diesem heissen, brütend heissen August-Nachmittag. Grundsätzlich haben wir uns überlegt, ob wir dem Spiel schon mal die rote Karte geben lassen lassen. Ich schaue mal in der Flasche, wie heiss es ist. Es ist ungefähr 40 Grad. Wie ist das genau, wenn ein Linksfüßler mit links abzieht? Heisst das, er denkt auch nur mit links oder denkt auch mit rechts? Das sind spannende Fragen. Hier hinten seht ihr zwei nette Türme. Ich meinte, wir werden Kraftnahrung produziert für einen bekannten Basler Fussballklub. Wieso ich mich bei euch bewerbe? Das ist eine gute Frage. Übrigens, in Sion wird es kuppellos, seit Jahren. Mit Weisswein dobt. Die trinken konstant weg. Du hattest gesagt, dass es schon heiss ist. Also, etwas noch ein paar Worte mehr. Beruflich habe ich schon relativ viel gemacht. Ich habe in Wertschriften beraten. Das geht ja nicht. Ich war bei Wertschriften beraten. Fitnessdrainer. Momentan wäre ich gerade gerne ein Kühlaggregat-Spezialist. Ich bringe euch das Knochen von den Knochen. Ich bringe euch das Knochen von den Knochen auf die Ohren. Ich bringe euch den süssen, feinen Duft von der Bedard ins Wohnzimmer. Ich bringe euch das letzte Winken von der Barre in die Küche. Und falls in der Pause mal nicht weiss, was sie sagen, dann frage ich den vielen im Tag. So, meine Meinung ist, ich bin der richtige Mann für diesen Job. Und jetzt ist ihre Meinung ge-foggt. Ich bin der richtige Mann für diesen Job. Und jetzt ist ihre Meinung ge-foggt. Und jetzt sind sie ge-foggt. Ich bin der richtige Mann für diesen Job. Und werdet ihr mich? Ich bin der richtige Mann für den J치. Man kann mich nicht wegblend machen. Ich bin der Richter.